hier sehen wir auch im hintergrund ich nehme gerade mit einem aufnahmegerät auf und das will jetzt mir alle fangen wir schon mal hier boden ja dann bauen wir jetzt einfach hier bauen wir ab ich denke wir machen jetzt erst mal eine workbench und ich bin jetzt ruhig und ja gucken wir mal an wie es so läuft und 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 Hier sehen wir es. Oh, ich möchte jetzt mal gucken. Hier. Hier. Hier gehen wir runter. Wenn ihr wollt, dass mir davon kommt, ich mach auch so eine Bedeutung, sonst diese Woche über 20 Abonnenten zu knacken. Wenn ihr Lust habt, sagt eurem Freund mal, dass ich mir vorbeischauen soll. Teilt auf Facebook, auf WhatsApp und so. Ja, ich bin auch recht auch ein Anfang Anfänger auf YouTube. Das weiß ich auch. Aber ich bin sehr dankbar für die 20 Abonnenten, sogar 21 Abonnenten, weiß ich grad nicht mehr. Dann auch jedenfalls ein Danke an euch. Hier. 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 Okay. Haben wir schon. Hier. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst verpügel den Leipkern. Bis dann. Peace. Bis zum nächsten Mal.